Hallo zusammen, willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie eigentlich Blöcke ausgetauscht werden. Das heißt, wie kann ich jetzt in meinem P2P-Netz sicherstellen, dass ich jetzt die aktuelle Version von allem habe und dass mein Nachbar zum Beispiel veraltet ist und ihm dann die neuen Blöcke schicken oder umgekehrt natürlich. So, das Ganze ist ein relativ simples Verfahren, das heißt hier nur kurz das Protokoll vorgestellt und ja, das wird auch ein wahrscheinlich relativ kurzes Video, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Okay, ganz am Anfang werden jetzt hier einfach Get-Blocks-Nachrichten verschickt, das heißt beide schicken unabhängig, also wenn man sich verbunden hat, so wie wir es im letzten Video besprochen haben, dann schicken einfach beide Get-Blocks-Nachrichten. Und diese Get-Blocks-Nachrichten enthalten einfach immer den Hash-Wert des obersten Blocks, den man hat. Das heißt, sagen wir mal, ich bin auf Höhe 500.001 und mein Gegenüber ist aktuell, dann schicke ich ihm halt einfach den Hash-Wert von dem Block 500.001 und er schickt mir den Hash-Wert von Block, ich habe keine Ahnung, wo wir aktuell sind, 600.000 oder sowas. Keine Ahnung, nicht ganz, aber sowas in die Richtung. Nein, sind wir nicht, aber egal. Auf jeden Fall sagt der dann natürlich oder sieht er dann sofort, okay, der Hash-Wert, er geht dann alle Blöcke einmal kurz durch und sagt, okay, der Hash-Wert, der ist definitiv nicht der aktuelle, deswegen sollte ich dem armen Kern mal unter die, ja, nachhelfen sozusagen und ihm die neuesten Blöcke schicken. Das macht er mit Inf. Das heißt, er schickt euch, ja, die Inf-Nachricht enthält einfach die Hash-Werte von den Block-Headern, also von den aktuellen, von den ersten 500 Block-Headern, die euch fehlen. Das heißt, wenn ihr sagen will, oder wenn ich jetzt bei Block 500.001 bin, dann schickt ihr mir halt einfach die Block-Header mit 500.001 bis 500.005. So, und ja, das wird dann natürlich nicht ausreichen, denn wir sind ja hier bei den Full-Clients, also bei den Full-Nodes. Diese Full-Nodes brauchen alles, das heißt, die wollen jedes Detail im Block haben. Und deswegen sagen wir jetzt hier, ich will GetData haben und der schickt uns die Blöcke einzeln, also wirklich Block 500.002, 500.003, 500.004 und so weiter und so fort, bis wir eben auf dem aktuellen Stand sind. Das heißt, das Ganze muss nochmal wiederholt werden, weil ich natürlich noch mehr Blöcke brauche als nur die ersten 500, weil mir irgendwie 100.000 oder sowas fehlt. So, wenn ich jetzt natürlich noch keinen einzigen Block habe, dann habe ich natürlich ein Problem. Dann weiß ich ja nicht, was mein oberster Block ist. Ich habe den Hash-Wert des obersten Blocks nicht. Ist nicht ganz korrekt, dazu kommen wir dann demnächst und zwar zu dem Genesis-Block, den man eigentlich immer dabei hat. Okay, das gucken wir uns aber dann an. Das war eigentlich so das simple Prinzip von, ja, wie kriege ich aktuelle Blöcke bei einem Full-Node. Achtung, wir sind hier wirklich nur bei Full-Nodes. Bei Simplified Payment Verification läuft das Ganze ein bisschen anders, das schauen wir uns auch noch an. Gut, und ja, das war es von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!